Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag. Heute ist der 12.02.2021 und es ist 8.11 Uhr und ich bin topfit, wie man sehen kann. Ich habe hier ein bisschen Probleme mit meinen Haaren. Ich bitte das zu ignorieren. Irgendwie ist hier eine Strähne, die immer so nach oben geht, so ein Stück, und das regt mich auf. Nein, tut es natürlich nicht. Es ist Wochenende. Das Wochenende steht vor der Tür hier. Keine Schokolade gefressen, aber trotzdem ein Knubbel auf der Stirn. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht muss ich wieder mehr Schokolade essen. Ja, wie gesagt, es ist Freitag. Ich freue mich aufs Wochenende. Heute stehen noch vier Telcos an und dann mal gucken, was ich sonst noch so erledigen kann, muss, soll. Ich glaube, ich muss noch jemanden anrufen. Genau, da habe ich vorhin eine Mail gelesen, die mich darauf hinbiest, doch bitte da nochmal einen Anruf zu tätigen. Da muss ich vielleicht noch bei der Bahn anrufen und fragen, ob mein Zug am Sonntag fährt, aber das ist eher eine private Angelegenheit. Die werde ich dann auf den Nachmittag kriegen. Und was heute auch auf den Nachmittag gelegt ist, ist der Stream mit Assassin's Creed Valhalla. Ja, um 16 Uhr geht es los, bis 19 Uhr geht es heute. Wir sind in England angekommen. Ja, angekommen. Gestern, so gegen 18.30 Uhr, haben wir England bereist. Siegurt ist der Meinung, in Norwegen haben wir keine Chance mehr auf irgendwas und deswegen fahren wir jetzt nach England. Und da sind wir angekommen in einer Siedlung und irgendwie wurden wir da nicht gerade allzu nett begrüßt. Unsere Landsleute sind gar nicht da, aber dafür irgendwie jede Menge Engländer. Und jetzt mal gucken, was wir heute so in unserem näheren Umfeld der Siedlung so entdecken werden. Jo, ansonsten, Arbeit lief gestern gut. Wir hatten zwei, drei spannende Termine, habe neue To-Dos, neue Tasks sozusagen. Ja, habe gestern ein bisschen mit Korgan, Jermaine gesprochen. Das war auch ganz angenehm. War gut. Und heute, wie gesagt, ist bald Wochenende. Es ist 8.13 Uhr mittlerweile schon. Ich spreche schon zwei Minuten. Ja, was gibt es sonst noch? Eigentlich nichts. Wochenende ist streamfrei. Ganz wichtig. Heute der letzte Stream und dann erst nächste Woche wieder. In Voraussicht dahin, darauf, dass ich ja, in weiser Voraussicht, dass ich zum einen mal ein bisschen Haushalt machen muss. Zum anderen vielleicht auch streamen ein bisschen mit Korgan, Jermaine spiele. Und zum dritten fahre ich ja, wie gesagt, am Sonntag für eine gewisse Weile, wenn die Züge fahren, das finde ich heute noch raus, nach Rügen. Die Mama besuchen. Da muss der Jermaine sich wieder um den Holzhund kümmern und die Pflanzen gießen. Aber das wird er schon hinkriegen. Ja. Ja. Rasieren müsste ich mich auch mal wieder. Ich sehe aus hier, wie ihr wollt und nicht gekonnt. Ich muss alles ab. Das ist hier wie zum Geburtstag mit der Mutter, kann ich so aber nicht rumlaufen. Ja. Okay, ich rolle mal jetzt wieder rüber zu meinem Arbeitsrechner und werde mal kicken, ob Micha schon wieder was geschrieben hat. Bestimmt. Der hat auch noch ein, zwei wichtige Termine, wo er Sachen vorbereiten muss. Ich habe, wie gesagt, einen um 14.30 bis 15.30, wo ich ein bisschen was zu einem Thema erzählen werde für neue Kollegen, an dem ich schon ein paar Wochen, Monate dran sitze und die dann da so ein Stück weit abhole. Ja, das ist es von mir. Ich wünsche einen wunderschönen Freitag. Kommt gut durch den Tag und möglichst bald und schnell und möglichst unbeschadet ins Wochenende. Bleibt alle gesund. Habt einen wunderschönen Freitag und dann, wenn ihr mögt, vielleicht bis später oder bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Gehabt euch wohl. Tschüss.